Hallo ihr tollen Menschen und willkommen zurück zu einem neuen Part Puyo Puyo Tetris Mann Tetris, Puyo Puyo Tetris, hat meine Freundin gesagt, soll ich sagen Und wir müssen jetzt mal einen Trial spielen, 15.000 Punkte machen, bevor 15 Sachen gebrochen sind oder so Was ein Blödsinn, die da zwischendurch immer labern Noch mehr so ein Idioten Oh mein Gott Hey, Entschuldigung, ich war hier beschreibend, was ich hier Well, einfach zuhör. Ich habe über die Kurvaturen von seinen Hörn den ganzen Morgen Ich habe versucht zu sprechen mit meinen lieben Freunden und du wirst nicht aufhörst deine Lose Ja, hast du mir gerade gesagt, was ich denke, du hast mir gerade gesagt? Schau, du bist gut. Pulsiv ist vorbei, ich werde ein bisschen trainieren Allo, no love sick rambling, no monologues And definitely no more horn curvatures Okay, das war richtig genial, richtig geil, richtig geil, ja. So, 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 jetzt müssten wir langsam wieder nach oben kommen, ja. Ach man, aber doch nicht mit so'n Scheiß. Hm, hm, hm. Und so sowieso nicht. Ich weiß nicht, ich spiele heute irgendwie voll den Scheiß zusammen. Wahrscheinlich, weil ich so aufgeregt bin. Okay. 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 Oh, ganz knapp, ne, ganz knapp. Oder? Nee. Geschafft, okay. Geil, Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt kommt wieder das letzte Level. Der Dark Prince. Und Party. Oh, diesmal darf ich wenigstens ein Tetris spielen. Dankeschön. Spiel. Okay. Und so, wie ist es? Ja. Okay. Und so, wie ist es? Ja. 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 Wie ist es, Rinko? Und so, wie ist es, Rinko? Bist du nicht vorst, dass wir ihn nicht interessieren? Wir haben es nicht. Nein, warte. Vielleicht, 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 vielleicht... Vielleicht, vielleicht... Hey, du! Dark Prince! Und wer ist Rinko? Mein Name ist Tee. Ich bin Freunde mit Aru. Ah, 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 Lee? Hey, warte! Nein! Du solltest nicht diesen Namen nennen! Huh? Warum? Du bist derjenige, der meinen liebten Arleigh gegen mich verbringt! Der verbringt deinen liebten? Schau deine Brücke! Du brauchst ihn in der Puyo-Underworld! Ambush Battle! Miep! Okay. 12.000 Punkte! Ach komm, das schaffe ich doch! Oder? Schaffe ich bestimmt... Mal sehen, ob ich das schaffe, bestimmt schon. So... 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 Jetzt sehe ich was... Zack, zack... Oh ne, was ist denn das schon wieder? Ach man... Boah... Leck mich doch hier, was ist das? So... Zack... 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 Mh... Mh... Mann... Was ist das? Alter, what the heck? Was ist das denn? Mh... Mann... Ja, na klar... Ich bin jetzt hier wieder vor allem verkacken, oder was? So... Oh, was? Der schummelt doch der Typ, Mann... Mann... Was ist denn das? Schummelt doch der Typ... Warum ist das bei mir schon wieder so voll? Oh, boah... True... No... What the upgrade... Was war das denn? Kombo. Ja, ich hab noch gewonnen. I'm the Tetris King hat er gesagt. Now I shall come at you with my full strike! A rematch? But that's... That's... That's unheard of. Dark Prince! There you are! Goo goo! Oh my! It's Arlie and Car Buddy. I want to apologize for earlier. I was really horrible to you. What that? Don't sweat. Talk about a speedy recovery. Arlie, what are you saying? Does this mean the Dark Prince isn't to blame? That's right! I learned something from when you ran into Rilu and Cheta. Ringo! Arlie! I'm back! Hey gang, it's Amity! Looks like we all found each other. Hey, Dark Prince! Do you still want to tell us who's to blame? Well, just think about it. Someone is behind merging the dimensions. So they must be powerful, right? But they must also be able to travel between dimensions. Oh? Someone who travels between dimensions? Do you know someone like that? He's laughing at you beyond the clouds. It's too high for you to ever reach. Not in a million years. Okay. I'm afraid you'd need a starship. Good news! We got one of those! What? You've already got one? When did that happen? Yep. And he's all fixed up by now, I'm sure. Boom! In that place, you'll get there just fine. But alas, I cannot join you. My place is here, in this world. Someone must finish clearing all these tetraminos. And someone must help rebuild, even if it means all by his personal self. Oha, was war das denn? You can now choose Shizu as the character selects on screen. Yay! Unfailing. New greeting unlocked. Okay. Zoukite Dura. Big Bang. Zum Glück als Tetris. And it looks like the Tetris in good shape. Wow. They actually fixed her up. PPP! Ohohohoho. Watch if the thanks goes to my new friend Rizukoma here. He was instrumental in the repair. Don't mention it. It's kind of ironic when you think about it here. We became such close friends getting your ship ready. But that just means saying goodbye is even harder now. That's true. But no matter where we travel among the stars, I'll never forget the fun we have. And I'll miss you, Es. I'll miss you too. I mean, probably. You were a big help fixing the Tetra. You mean it? You'll... You'll... Really miss me? Hey, don't twist my words. I might miss you, but not for another week or so. Sheesh. S in Montero, sentin' in a tree. Montero and S, sentin' in a tree. P-U-Y-O-I-N-T. That's the dumbest song I've ever heard you two! That doesn't sound so horrible to me. Genau. Captain, it is time for us to depart. Right. Thank you, everyone. T-Take care. T-Ringo. Hmm. Aren't we forgetting one small detail? You are not leaving us behind! Peep, peep, peep! But Tetra Minos are still falling. And there are still Puyos in the Constellation Zone. This mystery is still wide open as far as I see it. Oh my gosh, she's right. I thought our mission was all over. Sounds like it's just getting started. The dark prince said something in front of me. The culprit is someone who can travel between dimensions. I thought the thing's had it done. T-T, I'd like to go with and look for it. I have a feeling our hope in this mission is in over time. Oh, I have the table not stuck together and Monopoly not removed. I have a bad finger. Oh, you're coming too? Naturally. Toch. You expect me to sit around here all day? Well, then it's settled. Prepare to depart. SS Tetra to the stars! There's so much space out here. There's so much space out here. There's so much space. There's so much space. T-T, the being we're looking for is named Ethelope. And? He's out here somewhere. Somewhere is a pretty large area. Yeah, any idea where to start? Guys, I think the answer has been under our noses this whole time. There he is! There's so much space out here. There's so much space out there. 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 Baby ol' Skaterdara's here to turn all your wishes to fishies. I got the swishes, also punkalicious. Move proven with abstinence. What the heck is going on? I hate big ugly fish. Well, excuse me for having some soul, pittie. You need to go, now, shoo, shoo. If you don't go, then I'm going to battle you. Oh, you want to battle this? You've got one! You've got one! You've got one! No. Ooh, big bad, so fish. Nein! Mmh. es wird immer schön gesagt, dass ich die ganze Zeit dazwischen da bin, wenn du mit mir was aufnehmen willst, dann kriegst du ein Mikrofon und dann darfst du hier zappeln, aber das ist grad nicht angeschlossen ne hm? ne, kannst du ne, das machst du nicht was? ich hab die erste Runde verloren ja, das ist, glaub ich, wie ich mit dir unterhalte wahrscheinlich hm, ich zähle keinen Rotz ne, da zähle ich lieber Rotz oha welchen? meinen? oh, den großen in den großen, ne? ok wieso das hat ja nichts mit mir zu tun, oder? ne, das ist eigentlich schlimm ne, ich bin ne, ich bin ne, das ist und du noch 3 Stunden groß bist, du lobt und bist ja ja Ok, dann steh ich gerade halb zu ihm auf Oh, jetzt hab ich dich wie ein bekloppter A gedrückt Cool, jetzt haben wir zwei Was habt ihr dann gemacht? Aha, cool, Stage Tiny Trial Reach Level 36 in einer Minute Das werden wir ja wohl schaffen Ja, ich bin ein großer Fisch und ein viel größer Pond Ja, ja, das bedeutet, dass du dich aufhörst Und die andere Person ... 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 Pille und Pille, Farbe und Farbe. Ich weiß, aber ich krieg das nicht so hin, wie ich das möchte. Spiegelei und Spiegelei und Rührei und Rührei. Naja, versuch ich doch. Ja, ich mach dir gleich ein hart gekochtes Ei. Oh Mann. Auf Spiegelei. Okay. Na gut, wir sehen uns im nächsten Part. Was machst du denn da? Ich getroffen bin. Nee, du hast nur mein ZZ erwischt. Nee, die sind gar nicht erwischt. Jetzt rüsst du ja nur die Haare. Ja, ich hab die Locker. Hilfe! Danke. Danke. Okay. Okay. Du bist, Kom猿 zu. Sie ist halt fast da! Sie hat viel lacht! Also bei der Z hat ein Frieden! Ich fall hier gleich runter! Rutsch! Oh man! So! Aber jetzt! Finde ich genug von dir, komm her! Nein! Du hast gesagt, du fallst gleich runter! Du hast mich ja... Du hast mich doch wieder hochgezogen, du Nase! Ja, ganz knuteln! So, noch ein, komm! Jetzt ein Richtchen, du! Ja, ist auch noch was! So, jetzt komm her, hier! So, wir sind uns im nächsten Part! Torkowski! Hey, du spinnst! Boah!